Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von League of Legends. Heute sind wir schon bei der dritten Folge und ich würde einfach mal sagen, wir legen los. Wir müssen zwar immer noch das kooperative Spiel machen gegen Bots, aber da hat mich im letzten Video der Wires darauf hingewiesen, dass man hier noch die Schwierigkeit ändern kann. Ich habe immer auf Intro gezockt, das ist so ziemlich das einfachste. Ja, aber jetzt spielen wir auf jeden Fall Mittel. Ja, genau. Bilde, das mittlere Schwierigkeitsniveau hält herausfordernde Bots parat und manchmal beginnt so das Spiel auf der violetten Seite der Karte. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, legen wir mal los. Und natürlich wieder Solo. Nehmen wir gleich mal an. Hoffentlich sind die auch... Ja, okay, die sind aktiv. Gewalt ist immer eine Lösung. So. Okay. Wir gehen wieder Mitte, denn jetzt gegen Stärkerbots bin ich lieber da, wo ich es eigentlich auch gewöhnt bin. Und ja, da hoffe ich jetzt einfach mal, dass es so geht. Die Fähigkeit können wir zwar immer noch mit auswählen. We... Ne, bla, bla, bla. Ja gut, ich gehe eh Mitte. We are pre-made, okay. Ja, da pre-made heißt jetzt, dass die zu zweit zocken. Das heißt, die sitzen hier zum Beispiel im Teamspeak und labern da halt ein bisschen. Das heißt, die können sich absprechen, dann können die halt zu zweit nach unten gehen. Ja, aber das passt jetzt erstmal so. Bestätigen mal. Fossé, STP. Was? I will go top. Ja, okay. Ich verstehe rein gar nichts auf Französisch. Ja, aber jetzt geht's auf jeden Fall gleich los. Ja, und dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut. Bis gleich. So, hier sind wir jetzt wieder im Wartescreen oder im Ladescreen, wie auch immer. Und wir sehen hier, unser Ping ist diesmal nicht ganz so gut, aber ein 40er Ping geht eigentlich auch noch. Und ihr seht auch, wir sind jetzt diesmal hier unten, also mit einem roten Rand, auf der roten Seite. Und das heißt, wir werden jetzt auf der anderen Seite der Map starten, das heißt rechts oben. Und dann hat man eben mal die Perspektive anders, denn wenn man später mal gegen andere Spieler zockt, da kann man ja auch nicht immer links unten zocken. Das wäre auch irgendwie komisch. Ja, aber wir haben es gleich wieder, 98%. Oh, unser Garen, der scheint keine gute Leitung zu haben. Gut, ich auch nicht, aber schon besser. So, wer ist denn im Gegnerteam? Morgana. Wieder Shen, Ryze, Nunu und Sivir. Okay. Dann haben wir Jinx und Ari. Hä? Nee. Garen ist auf jeden Fall top, oder? Nee, normal ist Garen top. Dann ich Mitte. Jinx ist auf jeden Fall Bot. Lux könnte... Oh, jetzt, wo könnte ein Lux hin? Ja, egal, wir werden sehen. Garen lädt jetzt endlich auch und es geht los. Perfekt. Jetzt können wir aber endlich so richtig Items auswählen. So wie ich die jetzt auch nehmen würde. Und, ja, go. Komm. Schneller, schneller, schneller. Ich würde jetzt auch gerne gleich wissen, gegen wen wir spielen müssen. Das werden wir auch hier dann gleich sehen. So, hier sind noch unsere Türme und ihr seht jetzt halt, wir starten auf der anderen Seite der Map. Und... Hä? Was macht Jinx oben? Äh, ja gut. Habe ich's gesagt. Oh. Rise, okay. Wir spielen gegen Rise. Lol. Ja, gut. Warum nicht? Probiere den Kameramodus. Ja. Brauche ich nicht. So. Bams. Okay, zufrieden. Gut. Quest abgeschlossen. Oh. Krass. So, wo bleiben jetzt die wassalen? Gibt keine. Okay. Dann halt nicht. Cool, cool. Der scheint mir irgendwie deutsch zu sein. Also Lux. Hm, who know, quiz up. Was quiz up? YouTuber oder was? Oder Streamer? Keine Ahnung. Aber ich will jetzt endlich anfangen, kommt schon. So, hier im Jungle wird ja sowieso keiner sein. Bams. Da ist niemand. Da müsste der Rise sein. Aber hoffentlich alleine. Ja, gut. Immerhin etwas. Während jetzt zu zweit in der Mitte, das wäre heftig gewesen. Ja, komm. Rise, komm. Jetzt hole ich eh deinen wassalen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, gut. Aber unsere Minions haben den schon ein bisschen angehittet. Das ist schon ganz gut. Bams. Ii, ist geträgt. Komm. Nein. Eins und. Wieder drauf. Lol, der macht rein gar nichts. Ah doch. Jetzt merke ich es. Der hat anscheinend auch einen Heiltrank genommen. Das sehen wir jetzt an den grünen Partikeln. Aber das ist mir relativ egal. Soll ich da doch einen Heiltrank nehmen. Wieso ist der ja früher Level 2? Ja, darf er jetzt auch mal Level 2 werden? Bitte. Danke. Alter. Danke. 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 Und das ist ein bisschen gehittet. Oh. Ne, ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht so weit an den dran. Das ist einfach auch den Grund, dass der jetzt einfach viel stärker ist. Und gegen Arise ist es halt auch nicht ganz so einfach. So. Bams. Teleport. Perfekt. Bams. Dann da noch ein bisschen Gold farmen. Der Anfang ist halt immer komplett gleich bei League of Legends. So. Und der hat mich wieder getroffen. Das gibt's nicht. Hallo? Uh. Ne. Jetzt. Ja, okay. Die Bots sind halt stärker. Das ist einfach so. Leider. Oh Gott. Oh Gott. Ja, okay. Das war blöd. Macht aber auch nichts. Hm. Schade. Aber jetzt kommt. Ein Hit. Ja. Zumindest einmal gehittet. Und hier unten sehen wir jetzt auch unsere Lebensanzeige. Da sehen wir, dass ein bisschen bergauf geht. Das heißt, ein bisschen regenerieren wir. So. Angehittet. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. Und Bams. Wird ein bisschen Gold gefarmt. Jetzt sind wir schon bei 500 Münzen. Okay. Also Gold oder wie auch immer. Ich hätte jetzt hier gerne noch ein bisschen Gold. Na, schade. Den mal noch ein bisschen gehittet. Oh. Jetzt können wir den echt bekommen. Oh, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Komm. Nochmal anhitten. Unsere was, äh, Minions müssen den da irgendwie mal angreifen. Das wäre jetzt richtig gut. Auf Ärger aus. Ja, komm. Komm. Junge. Nee. Ah, jetzt muss ich mich beeilen. Vielleicht packe ich's noch. Komm schon. Bams. Jawohl. Nice. Tüti. Ich hab mir jetzt noch überlegt, ob ich mich noch kurzzeitig heile. Aber ihr habt ja gesehen, das reicht. So, und jetzt holen wir gleich mal wieder ein paar Items. Hm. Ich hol mir erst mal das. Da hab ich 30 Fähigkeitsstärke. Und das reicht einfach für den Anfang. Drei Heildränke sind auch mehr als genug. Mehr braucht man normal nicht. Und wer hat das so gefeedet? Okay. Nee. Halt. Hier sind wir. Ja. Okay, Jinx hat einen Kill, einen Death. Und Garen ist einmal gestorben. Ja, gut. Das kann man machen. Solange die später noch dann aufholen. Ist ja alles gut. Oh, da kommt doch schon wieder. So. Jetzt geht's grad wieder los. Bams. Gold abgefarmt. Oh, jetzt kommt der oder auch nicht. Hä? Was hat er vor? Huhuhu. Ultimate Skilled. Perfekt. Das heißt, wenn der jetzt so... ein mittleres Leben hat und nicht alle Fähigkeiten spammt, dann... dann sieht es auf jeden Fall richtig gut aus. Nein! Ja gut, ist egal. Jetzt nehm ich noch kein Ultimate, da das jetzt einfach noch viel zu krass wäre. Also nicht viel zu krass, viel zu schwach wohl eher. Einen Heiltrank nehm ich aber nochmal. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Soll ich jetzt schon drauf gehen? Ich glaub lieber nicht. Jetzt kommt der schon wieder angerannt. Wie so ein Dödel. Ja, weg da. Ejo, gut. Ja, okay. Nochmal ein bisschen angehettet. So, ich hoffe jetzt auch mal, dass hier die ganze Zeit nicht so leise war. Wenn nicht machen wir ein bisschen lauter. Wird mal sehen. Und Ultimate, komm, 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 komm. Komm! Jawohl. Oh, nice. So langsam klappt es richtig. Bams. Oh, jetzt kurz zurückbleiben. So, jetzt wär's nur blöd, wenn die mich halt auch noch hitten, die ganzen Minions. Oder wassalen, wie auch immer. Kann man sagen, wie man will. Und? Drauf, auf den Turm. Go, 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 go. Ihr seht ja, ich mach hier jetzt auch schon ein bisschen Schaden. Und das hat jetzt einfach damit zu tun, dass ihr jetzt schon zwei Kills oder so habt. Und das ist einfach von Anfang schon ziemlich gut. Level 7 sind wir insgesamt am höchsten. Also schon richtig gut eigentlich. Aber man merkt halt wirklich, dass die Bots jetzt stärker geworden sind. So, jetzt kommt der schon wieder an Krant, der Dödel. Oh, nee. Das war nix. Haha. Oh Gott. Gleich hab ich wieder Ultimate. Wenn der sich jetzt also nett zurück teleportet. Ja, nee. Doch. Macht er jetzt? Ich hab jetzt halt keine Ahnung, was der macht. Deswegen nehme ich jetzt erstmal einen Heiltrank, um sicherzugehen. Bams. Oh, jetzt kommt er. Jetzt will er es wissen. Jetzt will er es echt. Nee. Hä? Ich check grad echt nicht, was der machen will. Ultimate, komm. What the fuck? Alter. Wo kam der her? Alter, wie mies ist das? Egal, wir haben es überlebt. Gott sei Dank hab ich ein Heal gehabt. Boah, das war schon übel. Und fürs nächste Item brauchen wir jetzt 1250. Jetzt hab ich mich aber erstmal mit Heiltränken hier vollgespammt. Denn, ihr habt ja grad gesehen, Heiltränke kann man nie zu viel haben. Alter, dass der jetzt runterkommt, das hätte ich nicht gedacht. Schon übel, ganz ehrlich. Jinx AFK. Och nee, bitte nicht AFK-Spieler. So, jetzt geh ich hier nochmal kurz drauf. Und jetzt will ich sehen, ob der da unten chillt. Okay, nee. Gut. So. Dann warden wir hier. Also die Fähigkeit 4. Also die hier. Dann sehen wir jetzt, ob da jemand kommt oder nicht. Aber im Moment sieht's gut aus. Und. Jawohl. Den getroffen. Aber aktuell sieht's echt ziemlich gut aus. Nur weiß ich jetzt halt nicht, ob ich drauf gehen soll oder nicht. Jawohl. Nochmal getroffen. Hö, hö, hö. Jetzt hoffe ich nur, dass da nicht wieder ein anderer Bot kommt. Was? Echt jetzt? Ultimate. Reicht nicht. Okay, ja. Egal. So, wenn ich jetzt... ...alles nach Plan mach... ...dann könnte vielleicht... ...ne, reicht nicht. Okay, schade. Ansonsten hätte ich da jetzt nochmal einen Kill bekommen, aber gut. So passt die Sache auch. Da holen wir nochmal ein bisschen Gold. Bams, Bams. Den auch noch. So, dich hätte ich noch gern. Perfekt. Und. Gut, wurde ich halt einmal gehintet, aber das macht jetzt auch nicht so viel aus. Ihr seht ja, einen Turm kriegen wir jetzt wieder ziemlich schnell down. Hier oben sehen wir es auch nochmal. Der hat jetzt schon die Hälfte an Leben verloren. Das ist einfach optimal. So. Das reicht. Okay. Jetzt kommt die auch wieder an. Und jetzt, wo der kommt, ziehe ich mich mal zurück. Und kaufe mir ein schönes neues Item. So, was macht der? Hier sieht es auch gut aus. Aber der Turm ist halt schon richtig damaged. So, jetzt können wir aber hier wieder bei Ludens Echo... ...den übergroßen Stab holen. Da holen wir dann bei 900 Gold Ludens Echo. Da werdet ihr sehen, das ist richtig stark. Obwohl, ich glaube, ich hatte sogar vielleicht mal im ersten Game dabei gehabt. Also in der ersten Folge, aber... ...bin mir gerade nicht sicher. So. Mal sehen, wie lange die Runde heute dauert. Aber ich glaube wirklich, dass sie heute... ...schon ein ganzes Stück länger dauern wird. Und da ist der schon wieder. Na gut. Ach ja, klar. Da kann er mich auf einmal wieder festhalten. Jo. Und jetzt trifft er mich auch nochmal toll. Alter. Meine Queue wieder. Oh. Na ja, das war knapp. Oh, krass. Oh, nee. Jetzt spiele ich aber auch so ein kleines... ...bisschen mit dem... Oh, Mann. Oh, achso. Ich hab gerade gedacht, der ist irgendwie weg-tippet oder so. Aber ist alles gut? So, jetzt würde ich den eigentlich gern mit meiner Ulti... ...töten. Jetzt halt nur die Frage, ob der mich dann... ...doch noch irgendwie kriegt. Na, wir jetzt halt ehrlich gesagt ein bisschen... ...arbeit. Nein! Da ist schon wieder der andere. Wie mies ist das? Wie mies ist das? Ey, der andere kommt wirklich immer im... ...genau richtigen Moment. Alter, das ist richtig mies. Mir kommt es irgendwie so vor, als würde er ständig da irgendwo campen oder so. Oha. Alter, das kriegt er zurück, wenn ich richtig gefeated bin. Aber unsere Lux, seht ihr auch, die ist auch gut. Die ist auch schon Level 9. Und von Gegner ist halt wirklich noch niemand Level... Ah, doch. Rise! Wie ist der? Level 9. Der ist zweimal gestorben, hat keinen Kill. Und ist Level 9. Okay. Ja, okay. Gut. So, da vorne müssen jetzt wieder ganz Gegner sein. Ah, ja, klar. Ja, klar, geht zu zweit auf mich. Macht ja jeder so. Alter, der ist doch echt nicht mehr normal. Unsere Jinx steht hier oben auf K. Toll. Oh, ja. Deswegen ist es ehrlich gesagt besser mit Freunden zu zocken. Da weiß man, dass die nicht einfach so auf K gehen können. Und? Komm, gönnt ihr. Gönnt ihr. Gönnt ihr. Ultimate, komm. Jawohl, nice. Jetzt ist da noch irgendwo einer hin. Ist er jetzt in den Jungle Gang? Oh, da oben. Da oben, da oben, da oben. Ich weiß hier halt echt nicht. Was soll ich machen? Soll ich jetzt riskieren, da nochmal drauf zu gehen? Ja, komm, YOLO. Ne, doch nicht YOLO. Ne. Ich warte jetzt hier noch, bis ich 900 Gold hab. Und dann geh ich erstmal zurück in die Base und hol mir ein Ludens Echo. Damit ist mir echt schon richtig viel geholfen. So. Thanks. Bisschen verspätet, aber gut, passiert mal. Oh Gott, das war so dumm. Oh. Noch ein Heiltrank. Ach du Scheiße. Was macht der? Ja, 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 ja. Nein. Oh, ich hab den komplett ignoriert. Das war so dumm. Nein. Aber jetzt seht ihr mal, wie es mir geht, wenn ich gegen... Ja, halbwegs gleichwertige Spielerspiel. Oder Bots halt in dem Fall. Oh man. Oh, Jinx ist zurück. Oh nice, endlich. Level 4, toll. Egal, wir gehen drauf. Wir haben jetzt auch noch 870 Coins. Einmal Sagt-Taler, einmal Gold, einmal Coins. Ich sollte mich echt mal festlegen. Aber ich sag ja, ich bin da immer ein bisschen abgelenkt. Denkt mir immer selber irgendwas aus. Oh nice, Top Tower Stone. Oh, und die sind wieder zu zweit in der Mitte. Ey, kommt das nicht nochmal? Ach komm. Oh, da kommt jetzt aber gleich jemand. Vom Bot. Und? Oh, komm. Ey, das könnte klappen. Nein. Drei Sekunden, drei verdammte Sekunden. Und ich hab wieder Heal. Ach komm. Es ist jetzt so locker klappen können. Aber ist jetzt egal. Wir haben Ludens Echo. Hier seht ihr es. Als nächstes holen wir uns Schuhe. Und ja, Ludens Echo ist einfach. Da geht der Angriff. Zum Beispiel jetzt einfach durch die Fähigkeitsstärke auf andere Minions nochmal über. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Minion angreifen würde, da kommen nochmal so ein bisschen Angriffsschaden auf die anderen mit drauf. What's happened, Booth? Das Achiekel. Ähm, hier sind 9. Ach. So, wie sieht's hier aus? Jo, das passt. Da kommt Ries auf jeden Fall wieder. Ja, jetzt habt ihr es gesehen. Das lila-ne-Wort ist. Hier ist jetzt so ein kleiner Cooldown. Und danach können wir das wieder einsetzen. Und, bams. Jetzt habt ihr es gesehen. Das ist nochmal wie so eine lila-ne-Flüssigkeit da übergespuckt. Oh, oh, shit. Und? Und? Da unten. Okay, komm. Wieso ist Garen down? Also nicht down, sondern hier unten. Komm. Na, komm. Geht down. Jawohl. Jawohl, endlich. Das war die Rache. Oh, Mann. Egal. Da ist wieder Ries. Den dürfte ich eigentlich schon down kriegen. Ich könnte es probieren. Ne, krieg ich nicht. Ach, Mann. Der hittet mich ehrlich gesagt immer richtig gut. So. Da nochmal ein bisschen Gold gesnackt. Jetzt bin ich nur im Überlegen. Ah, Mann. Irgendwie glaube ich nicht, dass mein Leben reicht, um den down zu kriegen. Ja. Komm. Junge. Ah, Mann, ne. Es hätt locker reichen können. Egal. Jetzt, 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 jetzt. Komm, komm, komm. Komm, ich will den noch kriegen. Ja. Yes, man. Jawohl. Jetzt seht ihr auch, wir haben schon richtig viele Coins. Jetzt sag ich schon wieder Coins. Ja, Gold. Ja, und jetzt läuft die Sache. Komm. Hier nochmal kurz rein. Und jetzt ist der Turm outdown. So. Dann komme ich jetzt mal kurz darunter. Oder ne. Kriegen die allein hin? Kriegen die, kriegen die den Sinn? Ja, okay, nice. Didi. Oh, Mann. Oh, ne. Ich geh den Weg. Wir haben auch wieder 2000 Gold. 2100. Damit können wir uns dann wirklich locker die Schuhe holen. Dann noch das ganze andere Zeug, was da noch alles gibt. Und, bams. Oh, ne. Okay. Ultimate hätten wir zur Not auch noch. Aber, das klappt jetzt erstmal so. Was so ein richtiges Game macht ehrlich gesagt schon viel mehr Spaß. So. Bams. Der Turm wird auch schon gut angehittet. Perfekt. So wollen wir das haben. So. Down. Und, ab zum Tower. Oh. Dann gehe ich jetzt mal kurz hoch zu Top. Ah, wobei. Ne. Komm, komm, komm. Ich kann die kriegen. Come on. Come on. Oh. Oh. Alter. Jetzt wisst ihr auch, warum ich mal healed will. Also, als... ...Sonderfähigkeit. Oh, Gott. Ja, okay, komm. Zurück, tipp hin. Komm, komm, komm. Du auch. Ja, okay. Alter. Ja, gut. Jetzt hol mir erstmal das Stundenklaas. Da hol mir jetzt erstmal das. Dann Fähigkeitsstärke. Ich gehe immer auf Fähigkeitsstärke erstmal. Und... Ich gehe jetzt mal kurz... Bot, da der hier irgendwie... ...den Turm fast down kriegt. Was, MDR? Oh. Oder... Ja. Guck. Doch nix mit. Falls der Mitte gemeint hat. Geht die drauf? Ultimate. Oh, Gott. Zurück, zurück. Gut. Ah, ich hatte noch kein Ludens Echo fertig. Goddamn Morgana. Ja, die ist echt übel. Ja, ich kann nicht mehr machen. Sorry, Leute. So, komm. Get down, Mann. Komm. Jetzt aber. Nee. Bam. Oh, jawohl. Oh, Mann. Sorry. Äh. Ach so. Meint die jetzt mich mit Killsteal? Nee, oder? Oder doch? Ich checke's gerade nicht. Sag, ganz ehrlich. Egal, wir gehen jetzt da hoch. Jetzt kommen wir da raus. Push, please. Ach, Mann. Ultimate richtig verkackt. Ja, okay, nice. So, die sind down. Jetzt noch schnell die down kriegen. Oh, nice. Die haben wieder einen Turm. Jetzt nehme ich mal kurz eine Heal Potion. Falls ja jetzt wirklich wieder einer kommen sollte. Und... Okay, ne. Alles gut. So, das... Hol ich mir jetzt mal schnell. Eins. Und scheen. Ich hasse den. Ich hasse den sowas von. Neh mir nochmal ein Heil. Ich hab keine Healtränge mehr. Lol. Wo ist denn? Äh, ja gut. Gegner fehlt. So, okay. Egal, Leute. Lol. Ne. Sowas muss mehr. Der macht es richtig mies. Und ich glaube, ich komme mal kurz da hoch. Oh, Mann. Sorry. Das ging halt echt nicht. Oh, ne. Don't do that, please. Oh. Knapp. Morgana, what the fuck, ja. Ist halt echt so. Aber ein Heiltrank wäre jetzt halt echt mal wieder geil. Okay. Drauf. Komm, auf. Auf den. Lol. Was war das? Lol. Und? Jawohl. Sauber, Garen. Und da nochmal. Okay. Was? Was ist da? Hä? Ich check's grad nicht. Was ist denn? Hä? Echt jetzt? Ruf mich für den da. Ja, gut. Okay. Ja, jetzt komm. Hier. Wobei, ich bin sowas von down. Ob es sich da lohnt, einen Dragon zu machen? Weiß ich nicht. Nein. Warum geht er auf mich? Oh, nice. Danke für den Hilf. Auto Attack. Komm. Und? Jawohl. Nice. GG. Und jetzt können wir da nämlich zu dem gehen. Jetzt nur aufpassen, ist der... Der ist full live. Das würden wir nicht packen. Oder doch? Hä? Wohin geht der? Was macht der? Ultimate Bomb. Fertig. Hä? Oh. Oh shit. Oh Gott. Nice. Okay. Ja, sorry, dass ich jetzt... Bisschen komisch kommentiere, aber... Wenn ich so aufgeregt bin... Oh, ne. Bitte nicht. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich geh weg. Nee, jetzt trau ich mich echt nicht weiter. Ich glaub, hier kann ich mich zurück TP'n. Da hier unsere Minions kämpfen. Oh, so low life. Oh shit, sorry, Jinx. Oh, ne. Sorry. Ich hätte ja echt gern geholfen, aber... Ich hab's irgendwie nicht gecheckt. Ähm, ja. Egal, jetzt hier die Heiltränke auf die 2 wieder. Ich hab die immer auf die 2, von daher... Ist halt so. Auch so langsam würde ich jetzt echt mal gerne in deren Base kommen. Jetzt kommen da die ganzen Minions. Jetzt wüsste ich halt gern, ob... ...deren Champion auch mitkommt. Kommt aber anscheinend nicht. Okay. So. Down. Jetzt komm ich auch da hoch. Bams. Oh Gott. Also da sieht's jetzt nicht grad so cool aus. Bams. Komm, den da auch noch. Ultimate. Nice, Mann. Jawohl. Jetzt hier mal noch kurz. Test-Tester einsetzen. Bams. Die W. Jetzt sind die eigentlich schon so gut wie down. Bams. Und nochmal Bams. Okay. Jetzt geh ich mal kurz in die Mitte. Zeig ich's denen nur noch kurz. Dann könnten wir eigentlich mal in Mitte pushen. Ah lol, ich glaub, die Bots machen gar keinen Dragon. Also Nashor. Oder Baron, oder wie auch immer. So, und jetzt vorpushen. Da hinten kommen noch andere Minions. Oh. Ne. Mit euch wird ja eigentlich nicht so viel zu tun, aber... Egal. Egal. Hallo, ich glaub. Ach, hier hat auch schon Ludens Echo. Was? Als ob. Okay. Gut, das haben wir. Jetzt müssen wir hier noch kurz gucken, dass wir das alles down kriegen. Oh, lol. Ah, Mann. Jetzt, wo ich meine Ulti ausspielen will, da rennt sie weg. Wie immer. Heiltrank mal kurz. Den können wir jetzt noch kurz brauchen. Okay, die wollen auf Schenk draufgehen. Nee, okay. Bleibt hinten. Äh, tü-tü. Tü-tü. Naja, okay, nee. Ah, ja. Jawohl. Nice. Sehr, sehr nice. Und auf den Turm kommt. Kommt, Leute. Oh Gott, das war dumm. Ey, Garen, nee. Oh Gott. Was war denn? Okay. Jetzt sind wir hier. Eigentlich sollte ich ja auf den Turm draufgehen. Wäre zumindest das Schlauste. Aber ich bin natürlich ganz, ganz dumm. Wiu. So, den holen wir uns noch. Gönn dir, Garen. So. Okay, wie sieht's hier unten aus? Oh, braucht Jinx Hilfe? Wow. Richtig stark, Jinx. Oh, jetzt kommen sie aber alle. Okay, nee. Jinx, komm mit. Kommt die? Ich hab jetzt echt keine Ahnung, ob die jetzt kommt oder nicht. Oh. Nicht mal der, äh, der Heal hat was gebracht. Alter, wie die mich vergerotzt haben. Übel. Richtig übel. Egal, wir verkaufen jetzt schnell das Teil. Gönnen uns das hier. Denn das hier ist halt schon ziemlich stärker. Und wie sieht's hier mit dem Tower aus? Der ist ziemlich down, okay. Der hier nicht. Alter, aber dass sie so stark sind, das hätte ich nicht gedacht. So, wie sieht's hier aus? Oh, Ari, den könntest du bekommen. Gönnt ihr, gönnt ihr, gönnt ihr. Schneller. Loll. Okay. So. Jetzt gehen wir wieder hier in die Mitte. What the fuck? Wieso regeneriert Garen so arg? Hat er einen Heildrang oder was? Ich weiß es nicht. Okay, aber... Oh. Ob der den kriegt? Als ob er Morgana kriegt? Das ist bezweiflich. Das sag ich ganz ehrlich. Okay, komm. Ich hab meine Ulti. Komm, komm, komm. Hm. Ne. Dann halt nicht. Oh. Lol. Wo kommt der her? Hä? Ja gut. Dann camp ich mal kurz hier drin. Äh. Okay. Und drauf. Ulti. 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 Meine Ulti ist einfach sowas von episch. Das ist einfach so. Bums. Jawohl. I's geträgt. Bums, bums. Nochmal hier die B. Und down. Okay, Garen kriegt die eh allein. Oh, aber da oben. Ach du Scheiße. Okay. Okay, komm Garen. Jetzt gehen wir da drauf. Ich sehe, was da oben los ist, aber... Ja. Jetzt erstmal schnell hier unten. Komm. Jetzt drauf. Ja. Oh, ob wir den Turm kriegen? Ja, komm, das ist nicht mehr viel. Jawohl. Nice. Okay, komm. Inhibitor. Nee. Oh Gott. Oh Gott. Garen, bitte renn einfach. Bitte renn. Bitte. Ja, okay, der schafft's. Oh Gott. Ja, da wär's halt mal schlau gewesen zu worden. Aber nein, ich bin nicht so schlau. Jo, egal. Ähm. Nächstes Item wird wahrscheinlich das hier sein. Bin ich jetzt erst mal überlegen. Sollen wir das erstmal holen? Nee. Nee, komm. Das packen wir auch so. Hier sind wir auf jeden Fall direkt am Inhibitor. Können wir mal schauen. Oh, der regeneriert. Okay, schade. Ja. Jawohl. Richtig gut. Welches Level sind wir eigentlich? 17. Oh, nice. Wie Lux und Ari. Lol. Rises Level 18. Wie hat der das gemacht? So, ich geh da hin. Oh, nee, das ist schon wieder der. Ich hasse den Typ. Aber sowas von. Ja, was? Oha. Das ist also der, der mich immer so festhüllt. Gut zu wissen. Hä? Wieso? Wie ich mich einfach nicht bewegen kann. Bams. Jetzt verreckt doch mal endlich. Hä? Wieso verrecken die nicht? Bei dem passiert doch echt gar nichts. Warte. Warte. Oder bilde ich mir das ein? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ultimate, komm. Du musst machen. Jawohl. Nice. Jetzt mal kurz hier gucken. Da ist niemand. Okay. Jetzt sind wir aber auch endlich Level 18. Das ist echt richtig gut. Jetzt nur gucken, dass man nicht so viel Damage von den ganzen Vasallen bekommen. Das wäre jetzt auch ziemlich blöd. Aber hier haben wir die schon alle down. Da sieht man es. Perfekt. Dann können wir mal gucken, ob wir jetzt hier pushen können. Also jetzt einfach mal durchrushen und dann einfach mal schauen, wie das beim Tower dann aussieht. Bei deren Base. Ob wir den irgendwie vielleicht schon down kriegen oder was weiß ich. Bams. Okay. Ja doch, das müssen die packen. Wenn die jetzt dazu was weiß ich wie viel es sind, sollten die das auf jeden Fall packen. Aber ich glaube wir haben echt ein ziemlich gutes Team. Und das sollte es eigentlich schon funktionieren. So. Get down. Och ne. Einfach mal weggehen. Geht das? Ne. Okay. Ah. Das war dumm. Wenn der mich jetzt kriegt. Bitte nicht. Bitte nicht. Komm schon Minions. Damage stehen. Damage stehen weiterhin. Oh Gott. Was ist das jetzt? Alter. Hat der irgendwie ein Heel mit eingebaut? Ne. Oh. Holy shit. Oh. Jetzt mal ganz kurz in Base gehen. So. Items kaufen. Fähigkeit, Stärke. Oh. Regenerier. Bitte mach's einfach. Und Bams. Ab in die Mitte. So. Ich komm jetzt auch. Boah. Alter. Wie der einfach richtig stark war. Jetzt sollten wir eigentlich hier ein bisschen durchpushen. Aber die Runde geht jetzt auf jeden Fall viel länger. Aber ist ja auch gut so. Oh. Bitte überlebt. Oh nice. Oh ja. Garen. Bester Mann. Äh lol. Ich bin weiterlaufen. Ja. Inhibitor. Komm. Den packt ihr. Komm. Wenn wir jetzt richtig schnell sind. Ja. Perfekt. Oh. Ne. Äh. Nein. Das meine ich. So. Okay. Jetzt müssen wir halt echt aufpassen was wir machen. Wenn wir jetzt zu offensiv sind. Dann wäre das suboptimal. Das sieht bisher ganz gut aus. Ja. Klar. Der Turm. Der Turm macht mir einen Strich. durch die Rechnung. Nein. Scheiße. Scheiße nein. Karte geht aber immer noch. Ach man. Oh nice Jinx. Das packst du. Das packst du. Jawohl. Komm komm komm. Hol den Tau. Äh. Inhibitor meine ich. Komm. Und jetzt drauf. Jawohl. Oh ne. Geh zurück. Geh einfach zurück. Ah wobei wenn Morgana zurückgeht. Dann kann die sich packen. Oder sie tötet sie einfach. Warum nicht. Wie sieht sie aus. Oh Gott. Oh Gott. Was machen wir jetzt. What the fuck. Thank you. What. Muss man das kapieren. Ich hoffe mal. Nicht. Jawohl. Nochmal Schaden gegeben. Weil der nicht schlau war. Der Bot. Oh aber super. Was sagen. Sind richtig stark. Und wenn wir Glück haben. Dann gehen die jetzt dabei down. Komm. Okay. Lux ist auf jeden Fall da. Ne. Wenn das so viele sind. Da will ich da ehrlich gesagt. Nicht drauf gehen. Oh nice. Aber ne. Ich geh da nicht drauf. Okay. Wenn die wollen. Dass ich warte. Dann warte ich halt. Jetzt aber. Komm. Ey das können wir so locker machen. Oder? Aber warum rennt der in uns rein? So. Bams. Jawohl. Oh man. Egal. Aber mit super was sein. Können wir das so locker schaffen. Das ist einfach. Nice. Ne. Ich wollte nicht. Den kill steal. Deswegen gehen wir jetzt schnell da mal drauf. Aber ich würde gerne wo drauf gehen. Wo es nicht ganz so gefährlich ist. Oh ne. Ja okay. Locker. Easy. So. Und hier nochmal. Und dann haben wir es geschafft. Yay. Tschüssi. Das war jetzt aber echt einfach. Okay. Wir sind jetzt nach einem kurzen Cut. Wieder bis gleich. So. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Also. Ja. Hier unsere KD ist eigentlich auch noch ziemlich gut. Obwohl wir jetzt sechsmal gestorben sind. Das wird uns niemand übel nehmen. Ja. Jinx hat richtig gut gespielt. Und Garen auch. Ja. Wobei. Haben eigentlich alle gut gespielt. Komm. Ist egal. So. Hier die ganzen Bots. Sieht man auch nochmal. Rise. Hat ne. 1er KD. Ist auch ganz gut. Dann Nunu. Den hab ich nie gesehen. Ja. Sivir hat gebetet. Genauso wie ich stehen. Und Morgana. Lol. Okay. Ja. Aber alles in allem war es eine ziemlich coole Runde. Und jetzt will ich gerade mal kurz sehen. Bin ich Level 3? Oh. Leute. Ihr wisst was das heißt. Nächste Runde wird es ein richtiges Spiel geben. Und das wird dann eben auch gegen richtig Gegner sein. Und wir sehen uns Leute. Wenn es euch gefallen hat. Lasst ne Bewertung da. Und bis dann Leute. Haut rein. Ciao. Ciao.